Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde, auch wenn der Nachmittag bzw. der ganze Morgen noch nicht so wirklich geil war. Was die ganzen News, ich will jetzt da nicht weiter drauf eingehen, wir gucken uns jetzt auch nur ganz kurz Bitcoin an, denn heute Abend um 19 Uhr haben wir sowieso Livestream, da können wir nochmal alles in Ruhe besprechen, haben wir ein bisschen mehr Zeit. Auch eure Altcoin-Wünsche, deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, momentan traden wir bei ungefähr 35.500 US-Dollar. Aber ich habe euch ja gestern gesagt, nachdem wir hier unser Breakout hatten, gestern früh im Video haben wir noch darüber gesprochen, okay, es kann ein Breakout kommen, es wäre bzw. sehr plausibel. Problematisch war einfach, wir haben kein Volumen dahinter bekommen. Dann habe ich euch ja noch das Update geliefert, indem wir uns das FIP-Level, sage ich mal, hier gezogen haben und dann auch noch genau am Golden Pocket rejected worden sind. Das war dann der nächste Punkt, sage ich mal. Ich habe es jetzt, glaube ich, gerade falsch gezogen. Man muss von hier oben das Golden Pocket ziehen und dann hier runter. So, dann seht ihr, wir sind genau hier am Golden Pocket rejected worden. Und daraufhin hätte man auf jeden Fall eine Short eingehen können mit einem Stop-Loss da drüber. Viele haben es auch gemacht, was ich mitbekomme. Also herzlichen Glückwunsch, wer es jetzt bis da unten noch halten konnte, sage ich mal. Und dann war dieser Retest-Fail. Wir hatten keinen wirklichen Supporter mehr. Wir sind dann zwar kurzzeitig mal gebounced, aber es kam auch kein Kaufvolumen wirklich rein. Ja, und dann kamen die Russland-News mit einem absoluten Dump nach unten. Nach TA-mäßig ist es aber immer noch der Bereich, den wir eigentlich immer noch anvisiert haben. Beziehungsweise wir sind noch nicht ganz da unten. Ich halte immer noch die 32.000, 33.000 Euro auf jeden Fall für möglich. Einerseits, wir haben jetzt einen Bounce hier an unserem Support, beziehungsweise, ja, Support kann man es schon nennen, von unserem Falling-Broadening-Vedge gesehen. Also nach TA perfekt hier unten einen Bounce gesehen. Ich hatte hier unten sogar noch einen Long-Order drin. Habe ich vorhin kurz in die Gruppe gepostet, die ich schon voll vergessen habe hier unten. Die ist momentan auch noch drin, aber 25% sind da safe schon raus und Stop-Loss mindestens in Gewinn. Denkt immer, wenn ihr solche riskanten Trades macht, vor allem momentan an Risk-Management. Das ist sowas von extrem wichtig. Auch wer hier oben in den Trade reingegangen ist, sollte dann spätestens bei dem Breakout den Stop-Loss in den Profit setzen. Einfach damit ihr abgesichert seid für sowas. Also nie die Trades bis zum Ultimo mit einem riesigen Stop-Loss dann unten noch laufen lassen. Das ist nie eine gute Idee. Auf jeden Fall momentan 35.500 US-Dollar. Die News überschlagen sich ja momentan. Sieht sogar eher danach aus, als ob wir hier sogar eine kleine Bear-Flag dann bilden würden. Heißt, wir würden nochmal deutlich tiefere Kurse sehen. Wir können jetzt mal hier vielleicht die Bear-Flag ansetzen. Die Möglichkeit wäre dann wirklich, dass wir hier in den Bereich von 31.000 US-Dollar gehen. Also es ist immer noch dieser Bereich, den wir schon die ganze Zeit angesprochen haben. Wobei ich dann immer noch denke, okay, hier unten in diesem Bereich bei 32.000, 33.000 sollte dann wirklich das letzte Mal im Bounce kommen, damit wir hier diese ganze Bull-Kurve, sage ich mal noch, am Laufen halten. Das ist extrem wichtig, einfach für den ganzen Bullenmarkt. Wir haben übergeordnet unser riesiges W auch auf den Tagesschart, also unser Double-Bottom-Pattern. Welche Möglichkeit immer noch ist, dass dieses ausspielt. Also wir sind hier noch lange nicht in diesem Bereich, wo ich jetzt sage, oh nein, die Welt geht jetzt unter, was weiß ich was. Märkte, ich habe es gestern schon mal in der Telegram-Gruppe angesprochen, die Märkte preisen sowas gut und gerne ein. Wir hatten ja am Dienstag das Problem, jeder hat gedacht, die Börse bricht ein jetzt, wegen am Wochenende, was passiert ist und so, die Newslage. Genau das Gegenteil ist passiert. Jetzt haben wir im Endeffekt Krieg, sage ich jetzt mal so ganz ehrlich, die Börse kann sowas abhaben. Die haben jetzt fixe News, okay, es ist Krieg, was soll sie jetzt noch überraschen? Kommt jetzt das nächste Land, dann sieht es wieder ganz anders aus. Aber das ist jetzt erstmal eingepreist. Vermute ich jetzt auch mal, klar, wir können es auch in den Rücksetzer sehen. Deswegen auf jeden Fall erstmal Seitenlinie, bis sich diese Marktlage erstmal ein bisschen beruhigt hat. Und wenn dann wirklich nur enger Stop-Loss, hinterfragt euer Risk-Management und alles. Ansonsten bin ich jetzt erstmal momentan Seitenlinie, bis auf diesen einen Trade, den ich laufen habe. 32.000, 33.000 US-Dollar ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, will ich euch nur darauf vorbereiten. Wir haben hier ordentlich Kaufvolumen wieder einigermaßen reinbekommen. Aresi ist relativ weit unten, aber ansonsten langfristige Prognosen würde ich hier jetzt ehrlich gesagt momentan nicht abgeben, weil die Newslage einfach noch zu offensichtlich ist, beziehungsweise zu unübersichtlich, was die nächsten Tage passiert. Ansonsten können wir uns noch ganz kurz Ethereum angucken. Ethereum jetzt auch hier am 0786er momentan am konsolidieren, aber auch hier sieht es dann eher nach Bärflecken momentan aus. Also auch hier, aber wir haben unser Preis, die, sag ich mal, 2400, habe ich ja ungefähr gesagt, jetzt sind wir ungefähr jetzt da. Wir hatten kurz einen Wig noch auf die 2300 US-Dollar, aber auch hier übergeordnet weiterhin das W. Bis 30.000 ist auch bei Bitcoin alles noch drin, sag ich mal, weil wir in dieser übergeordneten Seitwärtsphase sind. Ansonsten, ihr seht, die Märkte tiefrot, 8-10% ist keine seltene Eins, deswegen macht es jetzt momentan erstmal keinen Sinn, hier näher darauf einzugehen. Gucken wir uns noch ganz kurz die News an. Zirkus um Kryptoregulierung in Russland geht weiter. Passt zum Thema, lest euch den Artikel gerne durch, ich werde ihn euch dann noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten, dezentrale Finanzierung, bald mit IOTAS ASMB möglich. Für alle IOTA-Hodler wie mich oder IOTA-Fans, coole News auf jeden Fall. Ansonsten, wir hören uns heute Abend um 19 Uhr live auf YouTube wieder, können wir nochmal über alles sprechen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, postet sie unten in die Kommentare rein, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was wir heute Abend besprechen wollen. Haben wir nochmal ausführlich Zeit, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ansonsten, einen schönen, entspannten Nachmittag. Wir hören uns dann heute Abend wieder, freue mich, bis dahin, ciao, ciao und stay crypto.